so und zacki zacki herzlich willkommen zur nächsten folge von New Super Mario Bros Wii und wir begeben uns ins Geisterhaus. Geisterhaus. Zu Lispel, ne? Das verleiht mein Charakter. So, oh, entschuldigung. Mein Fuß kommt die ganze Zeit an dieses, an diesen Stehfuß, an diese Stange, an diesen Dings da von... Hallo, machst du bitte das Wand kaputt? Danke. Oh, da hätte ich noch weiter durchrennen können. Wie sieht das eigentlich mit den Viechern aus? Wie kann man die töten? Kann man da einen Doppelsp... oder eine Arschbombe drauf machen oder wie? Und so, weshalb? Ich weiß ja nicht. Hm. Also so kriegt man es auf jeden Fall Platz. Mal gucken, ob das eine... Okay, war ich schon fast klar, dass das eine Fake-Tür ist. So. Oh. Okay, hier kann ich nicht rein. Das sah so aus, als hätte ich da reingekonnt. Na, du kannst doch gerne mit nach oben kommen, Großer. Wow. Chill mal. Chill mal dein Leben. Junge. Boah. Boah. Episch. Epic Fail, ne? Boah. Kann man hier nirgendwo in der Wand rein, was ist denn los hier? Geisterheizung und Ghost... Ja, Ghost Geisterhaus, wo man nicht in eine Wand rein kann. Außergewöhnlich. Dün, 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 dün. Ach du Scheiße. Ein Stern wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Komm, machen wir so. Nein. Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Wow. Boah. Alter, das war Glück. Das war Glück, dass ich da jetzt nicht alle Power-Ups verloren habe. Ja, komm. Dann ist es wahrscheinlich diese Tür, ne? Nö. Alles klar. Die, wo der dicke, dicke Geist ist. Weil ich ihn weggelecken muss. Boah. Vielleicht hätte ich aber auch noch ausprobieren sollen, vielleicht in eine Wand reinzukommen. Ist ja jetzt auch egal. Aha. Das sieht doch schon verdächtig aus, als ob da eine Starcoin wäre. Aha. Ist sogar. Du Schweinehund. Willst du mich verarschen? Ups. Scheiße. Weiß was? Ich brauch das halt eigentlich gar nicht. Schnell rein. Schnell rein. Bevor wir noch sterben. Wir wollen nicht sterben. Okay, alles. Bis auf die letzte Starcoin haben wir bekommen. Komm. Na, komm her, Pilz. Na, Affen. Eine vier behinderte Vögel. Können die nicht vernünftig fliegen? Normalerweise bleiben Vögel nicht in der Luft stehen. Ich weiß ja nicht, wo ihr aufgewachsen seid. Aber das ist auf jeden Fall nicht so üblich unter den normalen Vögeln. Es gibt natürlich auch Vögel, die in der Luft stehen, aber... Wuff, 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 wuff. Und so. So, jetzt müssen wir nochmal ins Geisterhaus. Wir müssen noch überall zweimal rein, weil ich nie sofort das Starcoins finde. Und der Hund bellt mal wieder. Ich könnte zwar jetzt schreien. Ich weiß nicht, ob es den Hund beeinflussen würde. Ich glaube, er wäre beeindruckt und... was weiß ich. Vielleicht auch nicht. War nur Spaß. Auf jeden Fall nervt es. Ah! Einen Moment. So, bin wieder da. Hm. Aber diese Hunde mit D-H-H-D-H-D-H-D-H-D-H-D-H-D-S und so. Diesmal mache ich es aber nicht Diesmal werde ich hier Vernünftig entlang fliegen Oh, es klingelt Scheiße, ich kann grad nicht Wow Da müsste sich jetzt jemand andersrum kümmern Oder ich Jetzt Bis gleich Oh, what the fuck Wir sind wieder mitten im Game Ich musste mal eben an die Tür gehen Dann kam ein neuer Fernseher Den haben wir aufgebaut, etc Und jetzt geht's weiter Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin Ich glaube, wir mussten die letzte Starcoin jetzt noch finden Richtig Richtig Ja, dann suchen wir das doch jetzt mal Okay Wir sind da Genau, wir waren da runtergefallen Genau, jetzt weiß ich sie da Und jetzt Boah, jetzt sind wir Gucken wir, ey, wie kommen wir denn da ran Komm mal her, lieber Geist Oh Ich brauch dich ja gar nicht mehr da wegkriege Hä, wo ist denn der richtige Ausgang Bitte schön Also beziehungsweise wo ist denn die letzte Starcoin Oder kommt hier irgendwo noch Eine Ranke raus oder sowas Ey, ich wollte gerade Wie schnell sind die denn Alter, ihr behinderten Dreckssicher Ja, komm, fick dich doch Fuck you Na Perfekt, ey Perfekt Mr. Watt Dann springe ich halt eben ins Ziel Mir auch egal, dann müssen wir nochmal gucken Boah, ich hoffe, ich vergesse das nicht bei den ganzen Aufnahmen immer einen Übergang zwischen die Pausen zu machen wegen die ganzen Sound Blacks und so eine Kacke Boah, da vergesse ich ja immer Jetzt müssen wir aber mal richtig nachdenken, ey Wo könnte das denn sein Äh, Moment So So, und wieder versuchen was Unser B-B-B-Bestis Oh, oh, oh Und hoffentlich finden wir die dämliche Starcoin jetzt, ey Wenn nicht, dann Das ist mein Pils So Nein Ah, doofes Drecksvieh Ich glaube, das hier sieht doch aus, als müsste man da rein Vielleicht muss er das kaputt hauen Vielleicht, aber auch nicht Aber Tatsache What the fuck So bekannt, ich stelle aber schon am Anfang so scheiße vorhin Jetzt wäre ich noch fast gestorben, ey Das sieht ja auch so aus, als würde man da rein müssen Das gibt's doch gar nicht Bis in den Augen Bis in den Augen Jetzt mal gucken, ob da hier irgendwo an der Wand was ist Boah, auf jeden Fall die Starcoin Oder Aha Danke für den Bild Boah Oh, diese verfickten Fickten Geister, ey Aha, hier kann man rein Kann man hier bestimmt Oh, die laufen Aha Aha Ja, okay Anders kommt man ja auch gar nicht weiter Geht auch weg Muss ich mir das jetzt mitnehmen, oder? Okay Nein, sag nicht, die gehen weg Fuck, ey Nochmal Ja, komm mal hin, ey Jetzt Man So langsam wird der Part aber auch echt lang Mensch, Mensch, Mensch Können wir schon fast gar nicht mehr zumuten Und immer wieder Dauert es an einem Tag länger, bis wir Parts kommen Und Immer wieder Will ich mich dafür entschuldigen Ha Jetzt weiß ich, wie man sie tötet Wow Come on, Beach Dankeschön Bam Und tot ist er Mann, Mann, Mann Und jetzt aber Komm, jetzt muss Das muss hinhauen jetzt, ey Das muss voll Nein, das muss wirklich jetzt Jetzt muss es sitzen Am liebsten würde ich heute auch noch was anderes aufnehmen Aber ich weiß nicht, ob Liebefeils heute Zeit hat dafür Mal gucken Vielleicht wisst ihr, was ich meine Vielleicht wisst ihr es auch nicht Ich denke mal schon, dass ihr es wisst Weil wenn ihr meine Videos guckt Dann müsstet ihr es eigentlich schon gesehen haben Kann man das eigentlich auch mitnehmen? Nee, kann man nicht Alles klar Ich leck mich doch Hier kommen wir zu In Zeitdruck, ne? Super Nochmal Nochmal Ich glaube aber auch nur dafür muss man das schaffen Hallo Okay, hier kriegt man nur ein paar Münzen Immer noch keine Starcoin Vielleicht ist er hier Oder vielleicht war er auch noch Anke Oh, scheiße Jetzt kann ich Ich bin wieder dran vorbei Wo ist denn die Starcoin? Jetzt mache ich aber die Aufnahme aus Und dann zeige ich euch, dass gleich wo die ist Ne? Oder so Das gibt's doch nicht, ey Naja Bis gleich Ah, warte, jetzt gucken wir uns das mal an Cool What's here, except hier Können wir was überspringen? Cool Okay, also Bis gleich So, Leute Und wenn man jetzt aus diesem Hausgang herausgegangen ist Dann muss man hier reingehen Way Ey, ohne Scheiß Wie soll man denn darauf kommen? Man denkt, das ist die andere Tür Wie Soll Man Denn Bitte Da Drauf Kommen Verpisst euch mal, ey Behinderter Drecksgeister Wäre ich jetzt noch abgekackt, ne? Oh, nein Oh, oh, nein Mann Wie lange soll der Putt noch werden? Ich glaube, ich muss mich mal tügeln hier Damit ich nicht so viel rum schreie Das Ey, so viel fail Das darf man doch niemandem zeigen So was hier Ist ja sowas von peinlich Jeder Anfänger ist besser als ich Mich hier benehme Seht euch das an Seht euch das an So ein Scheiß Und das liegt alles nur daran Dass diese Scheiße hier Langsamer ist, als sie eigentlich sein sollte Weil ich es nicht mit Originalgeschwindigkeit spielen kann Oh, geil Gerade habe ich ja mit Originalgeschwindigkeit gespielt Und Siehe da Wow Ich habe es geschafft Ohne Jetzt mache ich es noch einmal Wenn ihr dabei seid Also jetzt Und dann Wenn ich es jetzt nicht schaffe Dann gebe ich es auch auf Und nehme es halt nicht mehr auf Weil der Part ist eindeutig Meiner Meinung nach Nach meinem Gefühl Jetzt schon zu lang Ja Fick dich doch Mann Du verficktes Dricks In meiner Frise Ich darf nicht so ausfallen werden Warum bin ich überhaupt so sauer Ich meine, es ist doch nur ein Spiel Und deswegen werde ich mich jetzt auch beruhigen Und chillig spielen Oh nein, wir müssen zurück Schneller Locker geschafft Yay Toll Warum kann man da nicht im Rennen drüber springen Das ist Leider Sehr schade So Seht ihr Mit Ruhe und Gelassenheit Und Frieden In der Seele Wird das alles super duper laufen Oh yeah So ist es kein bisschen kompliziert Und schwer Wir machen das schon Immer gut denken Ja Immer gut denken Gut denken Immer gut Komm rüber Immer mit der Mitte geduld fallen Sehen sie Und Oh, wo ist die Tür Und fragen uns Wo ist die Tür Wo ist die Tür Wo ist die Tür What the hell Ah, wir müssen wieder aus der selben Tür rausgehen Okay, hätten wir vorhin ja auch schon schaffen können Mann, bin ich ein Toto Ey, wie dumm Ich wollte wieder da oben hin Okay, Leute Mit gesammelten Frieden Und einem abgeschlossenes Geisterthaus Wollen wir uns verschieden ab Und ich würde mich freuen Über eine Daumen hoch Und ein paar Kommentare oder so Für mehr Videos auf meinem Kanal vorbeischauen Bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.